Sie sind 1936 in Berlin geboren, sind dann als junge Frau nach Paris gegangen mit Daniel Spurry, der damals auch ihr Ehemann war. Das war so ihr Eintritt in die Kunstwelt sozusagen. Sie haben ja direkt den Beginn der Nouveau-Realiste in Paris miterlebt. Sie haben begonnen selber zu fotografieren, gerade in der Kunstszene. Und das war so eine der ersten großen wichtigen Etappen in ihrem Leben. Mit ihrem zweiten Ehemann sind sie dann nach Omaha, Nebraska gezogen, wo sie einerseits weiterhin als Fotografin aktiv waren, aber eben auch mit ihrem Mann gemeinsam Gastronomie gemacht haben, Restaurants. Und inzwischen sind sie auch wieder häufiger Gast in Berlin. Sie sind nämlich jetzt wieder in Berlin. Das Gespräch findet in Berlin statt. Und zwar sind sie hier, weil sie ein neues Buch machen. Zusammen mit Matthias Harder, dem Chefkurator der Helmut Newton Foundation. Was wird das für ein Buch sein? Das ist übrigens mein viertes Buch mit Matthias Harder. Es wird dieses Mal normalerweise, das erste Buch war über Stillleben. Und Stillleben habe ich nur angefangen an 2005. 2005. 2005. Ja. Und dann das zweite Buch war über ältere Arbeiten. Und das sind die Sachen, die ich in Paris gemacht habe, weil ich dort für Papers gearbeitet habe. Und aber Paris war nicht die erste Sache, dass ich in die Art Wild kam, da mein Vater ein Bühnenbildner war in Deutschland. Gut, der Kontakt war da zur Kunstszene. Das stimmt. Das ist richtig. Ja. Und ich glaube, das war sehr wichtig für mich. Wegen der Abstände und so im Stillleben ist das sehr wichtig. Aber damals wollten Sie noch Tänzerin werden oder waren ja auch junge Tänzerin, oder? Ja. 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 Aber das war es nicht. Ich glaube, das war nur, weil ich sehr aktiv war. Aber ich glaube nie, dass ich eine fantastische Tänzerin geworden wäre wäre. Und, aber das wusste ich dann nicht. Mhm. Man weiß das nie, wenn man so jung ist. Jemand hätte das mir sagen sollen. Mhm. Finde ich. Ja. Und dann mit, sie fragten, was ich, was im Buch ist. Mhm. Jetzt sind zwei verschiedene Sachen dann. Erst die neuen Stillleben von 2016. Mhm. Und dann andere Very, Very Platinum Print, Very Old System, Platinum, Palladium. Das Edeldruckverfahren. Mhm. Ja. Und das, ich finde das sehr schön. Mhm. Ich habe in Ihrer Biografie, ich meine, Sie haben ja eine wunderbar ausführliche Kurzbiografie auf Ihrer Homepage. Also jeder, der das jetzt sieht, dem empfehle ich einfach mal einen Gang auf Ihrer Homepage. Und dort steht, dass Sie, Sie haben ja dieses fürchterliche Erlebnis gehabt, dass vor ein paar Jahren in Omaha, Nebraska Ihr Atelier, Ihr Wohnatelier abgebrannt ist und Sie auch vieles verloren haben. Dazu komme ich aber gleich später noch. Aber es war zu diesem Zeitpunkt, wo Sie anfingen, eben auch mit sich mit diesen klassischeren Techniken, die Platinum, Edeldruckverfahren auseinanderzusetzen. Und das war auch wieder ein Berliner, wo Sie das erstmalig gesehen haben, der Jens Knigge. Ist das korrekt? Nein, das war nicht because of him. Ah, okay. Nein. Ich habe, nein. Ich glaube, ich weiß nicht, warum ich das so unbedingt haben wollte. Mhm. Und zum Beispiel, ich bin, ich habe nie irgendetwas gelernt von anderen Leuten. Ich meine, ich bin in keine Schule gegangen für Fotografie. Oder, aber diesmal bin ich gegangen zu zwei Leuten, die schön groß sind. Mhm. Und habe es gelernt. Wer war das? Jetzt Kennedy. Der eine ist Kennedy und das habe ich wohl am liebsten gehabt. Mhm. Und die geben Workshops. Mhm. Und ich habe für mich alleine jemandem einen Workshop genommen. Mhm. Und es ist schon fantastisch, es von jemandem zu lernen. Ja. Wo haben Sie denn die ersten Arbeiten gesehen? Also, dass Sie denn gesagt haben, Mensch, ich möchte jetzt meine Blumenspiel-Stilleben auch als Platinum oder Palladium Print machen. Gab es irgendwelche? Oh, wahrscheinlich in einem Buch von Penn. Okay. Ja. Ja. Trotzdem ist es sehr schwer, das merke ich jetzt, weil ich dieses Buch mache, es ist fantastisch schwer zu printen ein Palladium. Mhm. Und dass man sieht, dass es ein Platinum, Palladium Print ist. Das ist fast unmöglich. Interessant. Und jetzt, äh, hier das Buch wird gearbeitet von who? Von? Von? Von Hene. Nein, nein, nein. Von? Christiane Rote. Ja, Christiane Rote. Die ist sehr berühmt für, äh, gute Separation, ja? Mhm. Und, äh, auch sie hat Schwierigkeiten. Ich glaube, at least. Mhm. Das verstehen Sie, weil das, äh, 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 it's sehr soft, Platinum Print. Ja. Kennen Sie Platinum Print? Ja, ja, ich weiß, ich kenne das, doch auch das Verfahren. Ich meine, dass das, äh... Oh ja? Ja, ich, 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 ich kenne es rein theoretisch vom, vom Lesen her. Ja. Es ist verrückt, wie lange das dauert. Ja. Ja. Jedes dauert so lange, ist unglaublich. Machen Sie die alle selber? Haben Sie, haben Sie Ihr Labor zu Hause in Omaha, Nebraska? Und, und machen Sie die also komplett? Ja, ja. Ja. Aber ich habe erst in London etwas, äh, gesendt, um zu sehen, wie das raus wird, ja? Mhm. Und dann hatte ich eine große Party und dieser Mensch kam, von dem ich es, der es für mich gemacht hat. Und mit Begeisterung habe ich ihm erzählt, dass jetzt mache ich es selber. Innerhalb 10 Minutes, er war verschwunden. Nein, wirklich? Ja. Weil Sie keine Kundin mehr sind, sozusagen. Ja. Unglaublich. Ja. Und es ist sehr, sehr expensive. Ja, ja. Äh, wenn jemand anderes es macht. Es ist auch expensive, wenn du es selber machen. Mhm. Was, was für Papiere, äh, ich habe jetzt gesehen, dass das Hahnemühle inzwischen auch, äh, äh, mit Platinum, äh, äh, printfähige Papiere produziert. Ja, ja. Ja, sehr schön. Das ist, ja, aber jetzt Berger kommt auch wieder zurück. Mhm. So, ich kann nicht warten, das auszusuchen. Okay. Ja. Aber, zum Beispiel, with digital or with anything self, äh, wenn Sie etwas anfangen am Morgen, können Sie andere Sachen machen. Ja. Aber wenn Sie Platinum machen, müssen Sie den ganzen Tag gehen. Mhm. Es ist ziemlich schwer. Ja. Und immer wieder anfangen am Anfang. Nein, aber dann, äh, Jens, Jens arbeitet ganz anders wie ich, ja. Ja. Jens ist sehr viel kühler. Mhm. Äh, und ich bin mehr, äh, emotional in den Arbeiten. Mhm. Und vielleicht kommt das auch auf seinen Beruf. Was ist er eigentlich von Beruf? Ich weiß es jetzt nicht. Mhm. Er ist ein Mechaniker. Okay. Aber ein Spezialmechaniker. Mhm. Ich glaube sehr viel für, für Motorcycles. Ich... Ach so. Ja. Ja. Okay, gut. Dann ist es vielleicht das, das Technische einfach ein bisschen mehr Reiz. Ja. Und er geht, äh, zum Beispiel zum Nordpol raus, um, also er geht, er macht ungewar, äh, Reisen, um dazu zu kommen. Mhm. Während ich das alles in der, in der Wohnung mache. Mhm. Und, äh, aber es ist auch ein, ein komplett anderes Fühlung. Sie müssen wissen, was Sie nehmen zum Fotografieren. Platinum erlaubt nicht alles. Mhm. Aber was erlaubt Platinum nicht? Ich habe das Gefühl, es ist nicht nur die Technik, aber was sie nehmen muss, äh, es kann nicht so, wie die Deutschen sagen, voll sein. Mhm. Es kann nicht so, meine Bilder sind normalerweise sehr lebendig, ja, sehr viel ist an, so, man muss simpler sein. Mhm. Und, mrs. Bredi versucht das immer so, dass ich... Also, Johanna Bredi, hier an der Fasanenstraße. Ja, ja. Okay, die Galeristin. Aber, das ist nicht mein, mein Temperament. Mhm. Das sind aber auch überwiegend, Sie machen schon Stilleben, ne, als Platinum Brunprint, oder gibt es auch Portraits, die Sie, äh, in dieser Technik, äh, umsetzen? Ein bisschen, ich, äh, ein bisschen Portraits. Mhm. But, it is less good, I think. Mhm. Ich hab jetzt, äh, einen von Marcel Duchamp, ein, bei Bredi, ja? Mhm. Und das finde ich sehr schön. Mhm. Und dann hab ich nicht so gerne so kleine Sachen. Mhm. Mhm. Ich bin sehr Größenwahnsinnig. Wie, wie groß? Gut, ich, 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 ich mein, ich hab nicht ganz so viele Originale gesehen, aber so zwischendurch. Ich hab Ihnen in einer E-Mail geschrieben, dass ich bei der Fotografin Frau Gebergemann auch, äh, auch, äh, Stilleben von Ihnen gesehen haben. Die ging eigentlich vom Format her, ne? Also das waren so, so mittelformatig, äh, würde ich mal schätzen. Mein Manns ist jetzt von, äh, äh, ich, ich weiß es nur in Inches, ja? Mhm. It's, äh, 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 40, no, 63 Inches. Mhm. Ah ja doch. Ah ja doch. That's very, very big. Das stimmt. It's, how big? Ein Meter zwanzig, äh, ein Meter, ja, das sind eher 1,40 schon, ne? Oder so um die Dreh, ja, ja, breit. Ja, das ist schon groß, das stimmt. Es ist länger als dieses Bild. Ja. Ja. So. Wobei das bestimmt 2 Meter ist, oder? Ist das noch länger? Ja? Es ist, es ist bis hier. Oh ja. Äh, ein bisschen shorter. Ja, das ist. So, und das, dann habe ich es gerne. Mhm. Und jetzt habe ich hier eine wundervolle, die neueste Fuji Kamera bis 100, äh, 100 Megapixel. Mhm. 100 Megapixel, es ist fantastisch. Das hat mir so gefallen in Nygorski, ich war jetzt gerade in Leipzig. In Leipzig, die Ausstellung von Gorski. Mhm. Und Zygorski, man kann wirklich sehen, wie er Kamera gewechselt hat. Und es ist nicht nur, was er fotografiert, aber mit jedem wird es schärfer. So, ist das, ist das wirklich das, was es sein soll? Man weiß es nicht. Aber ich habe gerne Details. Mhm. Und Sie? Also, ich meine, wenn ich fotografiere, habe ich teilweise Einwegkameras von Kodak genommen, also die denn mit 800 Aser da irgendwie superkörnig sind und unscharf. Und das fand ich toll. Aber für den einen Zweck, umgekehrt für andere Zwecke, finde ich scharf. Aber sind Sie nicht interessiert an Technik? Äh, ehrlich gesagt, nein. Also das Technische, es ist für mich oft nur zweitrangig. Ich benutze ganz oft wirklich sehr billige Kameras. Ich bin sehr interessiert in Technik. Ja, das ist auch toll. Die meisten sind es ja auch. Ich, wie gesagt, ich bin ja nicht hauptberuflich Fotograf. Ich mache das aus meiner Leidenschaft nebenher und habe dann meine Sachen, die ich da durchziehe. Und das ist, ich bewundere immer die Leute, die einen riesen Technik-Fuhrpark haben und den auch beherrschen und alles. Das ist völlig toll. Zum Beispiel, äh, er sagt, Technik ist nicht alles, aber... Da hat Christian recht, also... Ich glaube, mit jeder neue Technik, sie wechseln. Sie werden anders. Und die Bilder werden anders. Mit jedem natürlich, mit jedem Objektiv, das ist klar. Aber nein, ich habe es sehr gerne genau zu wissen, was ich mache und zu lernen. Deswegen wahrscheinlich wollte ich diese neue Sache machen, die sie ganz zurückbringt. Und wenn sie... Ich lese sehr viel über Fotografie. Ja, das ist wunderbar, das freut mich dann. Sie sagen jetzt, Sie haben die neue Fuji 100 Megapixel. Benutzen Sie auch jetzt noch analoge Kameras für die negative, also für Fotos, wo Sie die negative dann für einen Platinum-Print benutzen? Oder machen Sie negative von digitalen Dateien? Zum Beispiel, äh, nicht lange ago war ich noch beides, ja? Aber jetzt ist es wahrscheinlich, dass ich 90% digital bin. Mhm. Und eben für Platinum mache ich ein Digital File und dann das Negative. Mhm. Und weil man das so genauer machen kann. Aber da sind... Da ist ein Danger in it. Und das sehe ich jetzt für das neue Buch. Mhm. Alles bekommt scharper. Mhm. Nicht nur Detail. Mhm. Scharper. Und da... Das zu wechseln ist sehr schwer. Mhm. Ich meine, man darf das nicht übertreiben. Machen Sie, ähm, ich meine, wenn Ihnen jetzt zum Beispiel bei diesen Kameras... Wie viel Bildbearbeitung machen Sie, um das Stilleben nachher hinzubekommen? Also nachträglich, am Computer, am Bildschirm? Ja. Ich mache sehr viel wie das Kolle. Mhm. Die Kolle. Aber ich wechsle sehr wenig... Ein Detail von hier potenziell. Aber es kommt mir vor, oder dass Sie manchmal... Manchmal nehme ich etwas weg, ja? Und, äh, und ich bin nicht dagegen. Mhm. Ich bin nicht dagegen. Mhm. Ich bin nicht das... Entresüter ist das, was man wirklich haben soll. Und man soll nicht fragen, wie man da hinkommt. Ja. Ich soll mich fragen. Mhm. Gut. Das heißt aber, wenn Sie jetzt ein Stilleben herrichten... Also, äh, auch das ist jetzt eine Information, die ich von Ihrer Homepage habe. Es gibt so zwei Orte, wo Sie vor allem die Stilleben herstellen. In Paris ist es der Kaminensims. Und in der Oma-Halle-Broska haben Sie einen Tisch... Ja. ...auf denen die Stilleben arrangiert werden. Ja. Wenn Sie ein Stilleben planen, ähm, haben Sie vorher Skizzen, die Sie machen? Nein. Oder haben Sie was im Kopf und arrangieren Sie? Oder arbeiten Sie... Ich hab jetzt Grund, äh, die Grundsache im Kopf. Mhm. Aber es wirkt immer anders. Und dann gehe ich in der Wohnung herum, um die Sachen zu finden. Und viele Leute bringen mir Sachen, ja. Wir haben da sehr viel Jäger, zum Beispiel. Mhm. Und, äh, ich hab gerne tote Tiere zu fotografieren. Aber es ist nicht, weil sie... Nicht etwas, ähm... Nicht, äh, weil sie tot sind oder sowas. Ich finde es sehr schön. Und dann, es gibt dem Bild einen Mittelpunkt. Mhm. Eine Kraft, ja. Und... Aber die kleinen Sachen finde ich im Frigidär und all over, ja. Ja. Ich meine, Sie sagen jetzt, die Jäger bringen was, aber ich meine, wenn so ein Kalbskopf zu Ihnen kommt, äh, das geben Sie einen Auftrag, weil Sie die Idee haben, Sie möchten was mit dem Kalbskopf machen? Ja. Ähm, oder, oder, oder schlagen die Jäger oder die, die, wer auch immer Ihnen was anbietet, das vor? Das ruft denn jemand an und sagt, Werner, ich hab jetzt Fasan, wollt willst du den haben oder wie läuft das? Äh, äh, nicht. Am Anfang hab ich es immer gegessen, ja. Aber jetzt dauert es länger. Und so hab ich Zeit, ein bisschen nachzudenken. Aber am Anfang ging es sehr schnell. Jetzt will man mir ein Buffalo halt bringen. Ja. Wissen Sie, das ist wahrscheinlich so big, wie diese, unten drunter ist so big. Ja. So, dann sagt er, möchten Sie drei haben? Wäre unwahrscheinlich. Aber, äh, so große Dinge hab ich gerne. Aber ich hab versucht, ein ganzes Re zu fotografieren. Ja. Und, äh, ich hab jetzt several times tried. Mhm. Und es ist niemals etwas Gutes geworden. Und, äh, aber, äh, Sie würden keine ausgestopften Tiere nehmen? Oder würden Sie auch mit... Nein. Nein. Und keine gekochten Tiere. Mhm. Keine, ich hab das versucht, ja. Und gleich sofort wird es ein Kochbuch. Mhm. Es ist, es muss noch Leben drin haben. Mhm. Irgendwie. Und am Anfang hab ich nur Tiere genommen, die man essen kann. Mhm. Später, ja. Aber jetzt geht es ein bisschen, ein bisschen different. Eich, Eichhörnchen, Eichhörnchen. Vielleicht some Leute essen es. So, diese Sachen sind nur für Museums oder Bücher. Mhm. Keiner wird sich etwas, das über seinen Sofa nehmen. Warum nicht? Nein. Ich meine, die ganze Tradition des Stilllebens, äh, auch im Barock, äh, war das ja durchaus üblich. Ja. Ich verstehe es nicht, aber das, das, sehr selten. Haben Sie denn diese Resonanz, dass es Menschen gibt, die zu Ihnen kommen und sagen, tolles Bild würde ich mir aber nicht hinhängen? Ja, hören Sie das? Ich sage es Ihnen. Ehrlich? Ja, ich, wie gesagt, gerade bei so Stillleben könnte ich mir vorstellen, dass man das gerne über dem Wohnzimmer, äh, Sofa hängen hat. Normalerweise wollen sie dann Fische haben. Fische ist okay. Okay. Aber... Hat das was mit, äh, der, äh, ja, doch stärker werdenden Bewegung hin zur Vegankost, äh, zu tun, oder dass, äh, eine Organisation wie PETA sich, äh, gegen die Verwendung von Tierpelzen einsetzt? Äh, äh, hat das, sind das Folgen vielleicht? Nicht so große Organisation, äh, People, die, eine, so wie der Mann möchte, das Bild haben. Wenn die Frau ist Vegetarierin, dann geht es nicht. Aber ich habe nie irgendwas, irgendwie, wirkliche Schwierigkeiten gehabt. So, äh, ich bleibe dabei. Ja, das ist schön. Witzigerweise zieht sich ja, ähm, die Beschäftigung mit, mit Nahrung ja quer durch ihr Werk. Also auch schon in den 60er Jahren, als sie in Paris waren, ähm, Daniel Swery, ihr erster Mann, hat, hat die Eat Art, äh, entwickelt. Das ist so merkwürdig, ja. Ja. Na, und, und dann haben sie die, die in den 60er Jahren, äh, die, die alten Hallen von Paris, Les Halles, äh, ja auch dokumentiert, bevor die abgerissen wurden. Also irgendwie spielte Ernährung und dann, dass sie auch in Cafés einfach die Porträts gemacht haben, also auf Orte. Ja, er hat auch, äh, Restaurants gemacht. Genau, in, 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 in Düsseldorf hat er, glaube ich, ne? Ja, in Düsseldorf, ja. Und, äh, so, warte, wir haben es aus bestimmten Riesen, Riesen gemacht. Wir hatten ein Cartier. Und da war nichts da, nur, äh, leere, etwas vor die Hallen. Mhm. Ja. Und dann, äh, müssen sie irgendetwas machen, die Leute anzuziehen. Mhm. Und da ist es normal, Restaurants zu machen. Wir hatten keine, überhaupt keine Knowledge about it. Mhm. Aber es ist faszinierend. Aber die einzige Knowledge, die ich hatte, immer an der Bar zu sitzen. Haha, okay. Aber als Testerin der Getränke, oder? Haben sie die auch gemixt und uns vorher zubereitet? Wie, wie meint sie? Nee, haben sie die, waren sie sozusagen diejenige, die konsumiert hat, oder haben sie die Getränke auch hergerichtet? Äh. Sind sie gut im Cocktailmixen, zum Beispiel? Ich war nur der Customer. Aber wenn ich, äh, bis Daniel verheiratet war in Paris, war ich für, maybe, vier Wochen ein Vetress in den Arab Café. Mhm. Und Daniel war sehr stolz darüber. Er sagte, meine Frau macht Money und wir wirklich needed it. Mhm. Äh, so, das war lustig. Und die, äh, die Leute in dem Café, die Server protecteten mich sehr, es war sehr schön. Prima. Wenn, wenn sie jetzt Dinner geben, äh, ich meine, ich kenne ihre Stilleben. Die sind ja wirklich sehr opulent. Sie erinnern mich schon auch an barocke, äh, meinetwegen flämische und niederländische Gemälde. Ähm. Einfach auch schon aus dem Grund, weil sie teilweise ja auch altes Geschirr benutzen. Alte Kristallgläser. Also die, die, die Arrangements sind durchaus klassisch. Es sind aber Details, die einem ganz klar zeigen, das ist heute gemacht. Aber so, ihre, ihre Idee ist sehr barock eigentlich. Ähm. Wenn sie selber Dinner geben, sehen ihre Speisen, ihre Tische, wenn sie Gäste haben, auch sehr barock aus und irgendwie stilig? Ich denke so. Ich meine, es ist überhaupt nicht ein Service. Alles ist different. Äh, ich meine nicht der selbe Teller, äh, oder dasselbe Glas. Ja. Es war alles sehr schön, ja. Und jetzt habe ich, äh, auch Vollsilver. Mhm. So, ja, es ist ein bisschen altmodisch. Aber, definitiv. Ist denn Ihr, ist Ihr, ist Ihr Restaurant, das High-Class-Restaurant auch so? Nein. In der Art? Das ist was ganz anderes dann. Es ist, äh, jetzt, ich würde sagen modern. Mhm. Ja. Aber, ähm, zu Hause, äh, ist es nicht steif. Mhm. Jetzt, äh, genau der Gegensatz. Es ist ornamental Sachen, aber ganz simpel. Sind Sie, das... Zum Beispiel, ich hab nicht gerne, wenn man, äh, wenn ich koche, ja, und das ist gleich daneben, ja, dann nehme ich die Pfanne und setze auf den Tisch, wenn alles rundherum schön ist. Mhm. Und dann hab ich gerne, dass, dass alles stehen bleibt. Und dann morgen, morgen möchte ich das ansehen. Machen Sie denn auch ein Foto davon, dass Sie Fotos haben von all den... Ich hab das versucht, das ist nicht gut. Nee? Weil ihr... Der Daniel Spurri hat ja damals, äh, äh, Dinner-Tailisch dann dann sozusagen mit, mit, mit Leim und so weiter so konserviert, ne? Ja, ja. Ich hab auch daran gedacht. Weil das ist anders. Ich kann das nicht machen. Es macht würdig, ja? Aber Daniel ist, contraire to me, never fancy in seinem Stillleben. Mhm. Da ist kein schönes Glas, kein schöner... Alles ist, äh, von dem Floh. Nein, sollst du von dem Floh machen. Mhm. Also, andere Sachen aus. Ja. Als Sie diesen großen Verluste in Omaha hatten mit dem Feuer, ist da viel von Ihrem, Ihrem Material kaputt gegangen? Also auch zu dem, von dem Arbeitsmaterial? Alles. Alles. Äh, ich hatte unwahrscheinlich viel Kamera, und ich hatte, ja, ich hatte eine sehr schöne, neue, 8x10 Wooden-Kamera, vor Film. Und das gerade kann man nicht, ist es. Ditko. Und ich hatte einen, ich hab sehr gerne Bücher. Mhm. Und ich hatte einen, äh, Buchschrank, 15 feet high gemacht. Und sehr, sehr, meinen Größenwahnsinn. Ich bin klein, so, everything's muss groß sein. Alles ist verloren gegangen. Und ist im Schlag aufgegangen, ja. Aber ich hatte sehr viele Hardtreife mit denselben Sachen drin. Okay. So, viele sind übrig geblieben. Ich musste sie zu Leuten geben, die das raus machen können. Mhm. Haben Sie nicht irgendwie eine Sicherungskopie in Paris, dass Sie, meinetwegen, Ihr Archiv einmal in Paris, einmal in Omaha haben? Das wäre dann, ja, Archiv splitten, dass man sozusagen Duplikate der Harddrives in Omaha und Paris hat. Ich würde das always so gerne haben. Mhm. Aber dann, dann nehme ich sie wieder zurück. Okay. Ja. Aber ich sollte das tun, ja. In Omaha gibt es enormes Amount Feuer. Mhm. Das war nicht das erste Feuer in dem Building. Und wo ich jetzt wohne, ist auch ein Building von uns, dass es noch größer ist. Da waren zwei oder drei Feier in den 100 Jahren. Wow. Woran liegt das? Das ist da eine schlechte Verkabelung? Das ist alles Wood. Ja. Jetzt alles Holz. Ja. Aber ich habe nicht, ich habe das Feuer gesehen, ich habe nicht viel im Herzen gespürt. Mhm. Wenn man, ich glaube, wenn man im Krieg geboren ist, dann ist alles weg oder nicht weg, ist nicht so. Ja. Also Sie haben es ja, Sie waren neun, als der Krieg vorbei war, ne? Sie waren neun Jahre alt. Als der Krieg vorbei war. Das heißt, Sie haben die Bombennächte, waren Sie außerhalb Berlins als Kind oder haben Sie die Bombennächte hier mitbekommen? Ich war in Kiel. In Kiel, okay. Und nein, ich war im Keller, wenn die Bombe runterkriegen. Mhm. Und, aber ich hatte eine schöne Kindheit mit all diesen zerbrochenen Häusern. Es ist keine Formantik, wenn man nicht an die anderen Sachen denkt. Ja. Ja. Also mein Vater hat mir Ähnliches erzählt. Mein Vater ist ein Jahr älter als Sie und der hat das auch genossen, als Kind in den Schuttbergen zu spielen. Ja. Wir haben damals also als Kleinkind oft mit der nicht explodierten Munition und so gespielt. Die hätte natürlich auch hochgehen können, ne? Dann wäre er tot gewesen. Ja. 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 Wir sind unter dem, im Haus ist so viel Wasser, ja? Mhm. Und dann gibt es kleine Boote und die Kinder sind von einem Basement zum anderen gefahren. All das. Und dann, dass man nur, nur die Kinder konnten hochgeben, weil es so wackelig war. Wird es zusammenbrechen können, ja. Dann werden sie von oben Sachen runterschmeißen und die Erwachsenen konnten nicht kommen. Nein, das war schön. In welchem Stadtteil sind Sie aufgewachsen hier in Berlin? Nein, in Kiel. In Kiel, Entschuldigung. In welchem Stadtteil? Da gibt es nur einen Stadtteil. Ich weiß es nicht mehr. Nein, ich weiß, dass ich... Waren das Verwandte, wo Sie da waren? Nein. Das war die Familie selbst. Mein Vater war aus Bühnenbeter, habe ich gesagt. Genau. In Berlin. Genau. Und er ist dort geblieben und hat die Familie nach Kiel geschickt. Ah, okay. Also so kam das zustande. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass es eine Art Kinderlandverschickung gewesen wäre. Also, dass die dann... Das gab es ja auch, dass Kinder von den Familien... Ich kenne das von Sylt. Das habe ich nie vergessen, weil das sehr unangenehm ist, wenn man... Ich habe nicht gerne so viele Leute. Und da waren wir natürlich nur Kinder. Ich habe das nicht gerne. Jetzt sind Sie wieder in Berlin. Ist Berlin für Sie auch so ein bisschen was wie Heimat? Oder ist das für Sie so völlig einfach, das ist nur eine ganz kurze Erinnerung oder minimale Erinnerung, dass es für Sie eine Stadt unter vielen oder... Ich meine, Deutschland habe ich immerhin bis 19 Jahre oder 20 Jahre gelebt. Aber die richtige Sache, was ich am liebsten habe, ist Peres. Ich habe hier nie richtig gegessen. Ich kann mich nicht an deutsche Küche erinnern. Wirklich nicht? Ja. Ist im Badischen irgendwo, es gibt doch auch so viele feine Restaurants. Meine Mutter war es keine Küche. So, nein. Und auch nicht an Cafés in Bars. Ich habe sehr spät getrunken. Und so, das war das erste Mal in Paris. Okay. Ich meine, glaube ich. Die Erinnerung so an Paris. Ich meine, Sie haben ja nun einige Menschen dort getroffen, die Weltstars geworden sind. War das einem damals schon klar, dass man so große Künstler... Tangle war es klar. Tangle war es klar. Und Niki zum Fall war es klar. Oh nein, da waren andere. Ja, Sie haben ja auch Genio Nesco fotografiert und viele Bekannte. Ja, aber dann lebte ich schon alleine und lange in Paris. Dann arbeitete ich wie ein Journalist. Vom dänischen Journalist in Theater Heute. Und Theater Heute, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber es war sehr schön. Haben Sie Theateraufführung fotografiert für Theater Heute oder haben Sie Reportagen über Dramatiker und so gemacht? Ja, Reportagen. Ich habe in Paris ein bisschen Bühnenbild fotografiert, weil ich mit einem Aktor lebte. Nicht richtig lebte. Ich habe gerne... Ich war gerne alleine. Hat das das, dass Sie sich auch diesem Theaterhaustujet zugewandt haben, so ein bisschen damit zu tun, dass Ihr Vater Bühnenbildner war? Dass das einfach ein Interesse war für diese Thematik? Oder kam das, weil es gerade passte? Daniel war eine Assistent in einem Theater. In demselben Theater, wo mein Vater Bühnenbildner war. Und der Regisseur war Sellner und sehr, sehr bekannt. Und Daniel von Swiss kam rüber und wollte seine Assistent sein. Und dadurch habe ich ihn kennengelernt. Aber dieses Vorwissen, also dieser Draht zur Theaterszene, war nachher der Grund, warum Sie für Theater Heute auch die Aufträge bekommen haben? Oder war das Zufall, dass Sie einfach als Fotografin vor Ort waren? Nein, ich fühlte... Da war ein Journalist, der für Theater heute arbeitete, war auch in Berlin. Nein, in Paris. Ja, und deswegen kam das. Es kam nicht durch mein Theater. Aber das ist sehr wichtig für Stiller, die Theatersache. Weil ich für meinen Vater habe ich oft Modelle fotografiert. Und alle diese kleinen Lampen. Ich habe nicht sehr gerne... Jetzt habe ich gewechselt, das letzte Mal, normales Studien-Light. Es ist mostly ganz kleine Sachen. Taschenlampe oder diese kleinen Frogs. Was sind Frogs denn? Das sind... So kleine Leuchten? Das hüpft. Also die Frösche, ja. Frösche. Also echte Frösche? Nein, nicht echte Frösche. Was ich sehen aus, das ist ein Seine von einem Frosch. Okay. Und es hat vorhin eine ganz kleine Lampe. Okay. Wie man es im Telefon hat. Mhm. Und aber schwächer, ja. Eine Leuchtdiode. Ja, so. Aber Taschenlampe ist sehr gut für Stiller. Und Candles. Und Candles. Und Candles. Und vor Sett habe ich so viele Kerzen. Mhm. Und Leute denken natürlich, dass es wegen der Altmodischheit ist. Ja. Aber für mich ist es sehr important, das Licht zu haben. Mhm. Mhm. Also so die Lichtquelle direkt im Bild selbst und nicht von außen. Ja. Mhm. Ich meine, gehen wir mal nochmal zurück in die barocke Situation. Da hat man ja auch viel mit Licht experimentiert. Und es gab ja eben dieses, ich weiß nicht, ob ich den Begriff jetzt richtig ausspreche, dieses Chiroscuro, dieses Leuchten von innen her. Ja, des Caravaggio, also Caravaggio hat das Licht benutzt, aber auch Rembrandt hat dann später dieses Licht benutzt. Ist das, reizt Sie so ein Reizen? So, ich, äh, ich hab alle diese Sachen am Anfang nicht gewusst. Jetzt weiß ich, woher das kommt, ja. Aber wirklich am Anfang ist es nur Instinkt, ja. Mhm. Und dann hab ich, Caravaggio, ich verstehe das nicht, dass irgendjemand sagt, dass ich das Prinzip nehme, but Caravaggio is so strong, the difference, das hab ich nicht, aber Rembrandt, das kann ich verstehen, weil er, er hat alle diese, was ich an Rembrandt so gerne habe, dass es bis zum untersten kleinen Detail ist das Licht da, aber sehr, sehr wenig. Nicht wie bei Caravaggio, wer es klackt, ja, äh, so, aber es interessiert mich jetzt, die Leute, die das machen, und dann kann ich sehen, ich weiß nicht, ob ich das gesehen habe, das früher, oder ob das Instinkt ist. Aber ich finde, Light, Licht ist das most important in meinen Bildern, Licht und, äh, die Stränge der Farbe. Mhm. Ja, die sind bei Ihnen sehr kräftig, das stimmt, ja. Ja, ja. Ähm, es gibt einen Fotografen, der setzt sich auch mit Stillleben auseinander, auch mit Lebensmitteln, ist aber so völlig anders als Sie, äh, Doboyoshi Araki, können Sie mit seinem Stillleben was anfangen? Wie heißt er? Nobuyoshi Araki, der, der japanische Aktfotograf mit Bondage-Fotos, aber er macht mostly nütz. Richtig, aber er macht auch sehr viele Stillleben mit Lebensmitteln, aber wenn denn... I don't know them. Ich kenne dich nicht. Müssen Sie mal gucken, ich meine, die sind denn überhaupt nicht so streng wie bei Ihnen, er hat denn auch so... Ich würde, ich würde glauben, wenn er das macht, dann ist kein Shuttle sehr, ist alles... Ja. Das stimmt, das ist richtig. Ja. Das würde, ich denke... Und sie wirken auch sehr, ich meine, er geht dann richtig ran auch an Fische, an... Ja. Also es ist eine völlig andere Auffassung von Stillleben. Pennen, actually, hat sehr viel... Das ist alles so viel moderner, ne. Im Gefühl ist es kälter. Ja. So. Aber da gibt es andere, aber ich weiß nicht die Namen von diesen Leuten, aber da gibt es andere, die das gleiche machen. Aber ich habe das Gefühl, ich habe doch ein Gefühl, dass ich einen Stil habe. Und jeder hat. Und ich versuche da rauszukommen. Aber das ist sehr schwer. Warum möchten Sie jetzt da rauskommen? Ja. Aber ich meine, man möchte gerne ein Development haben. Ja. Und wahrscheinlich das Development will wie simpler sein. Im Grunde genommen möchte ich alles voll haben. Von Beginn to End. Ja. Sie haben ja auch, oder Sie haben auch schon Workshops gegeben, ne. Also... Oh, das war schrecklich, ja. Ne, also das ist wirklich schrecklich. Warum? Weil ich kann mir ja vorstellen, dass das spannend ist, wenn Sie dann dann junge Menschen haben. Ja. Sie denen Sie bestimmte Ideen... Na, ich war viel in Mexiko in Universität vor, weil ich einen Freund hatte, der über alle Universitäten, die die Schüler für die Kunstschüler über sich hatte. So gab ich manchmal nicht nur Ausstellungen, aber auch... Und dann hatte ich eine Assistentin mit mir, ja, die Technik war, zum Beispiel. Die machte alle diese Sachen, ne. Und ich habe gemerkt, dass die Studenten immer zu ihr gehen, um zu fragen, ja. Weil sie merkten, dass das... Ich habe nicht das Gefühl... Ich habe kein mütterliches Gefühl. Mhm. Sie müssen... Okay. Ja. Irgendwie... So, ich versuchte es. Ich bin mit ihnen zu den Märkten gegangen in Mexiko. Und wir haben alle diese Sachen ausgenommen. Und dann ist alles so... Sie müssen es improvisieren, ja. Das Licht und all das. Das ist okay. Aber... Es war niemals schön, ja. Und dann sah ich nur, was die machten im Kopf. Und wenn ich zu Hause war. Und nichts, was ich... Ich... Und dann fing ich an nett zu sein und für sie zu printen. So das... Printen? Drucken. Die Drucke, die Print zu machen. Ich druckte für sie. Und dann wurde es noch schlimmer. Weil es geht in sie rein. Man ist Influenced. Ja, ja. Das war nicht sehr schön. Aber es war interessant, dass sie... Dass die Assistant konnte alles dieses Machen bis aus Schwierigkeiten. Interessant. Sie haben ja inzwischen ein reichhaltiges Lebensarchiv aufgebaut. Und ich hatte das in der E-Mail schon angedeutet, dass sich im letzten Jahr zum Beispiel mit der Ute Mahler, der deutschen Fotografen, darüber gesprochen hat. Die beginnt zusammen mit ihrem Mann, Werner Mahler, das Archiv zu ordnen. Und auch zu überlegen, wie ein künstlerischer Nachlass gepflegt werden kann. Haben Sie da... Macht das Matthias Hader? Sind Sie mit ihm im Gespräch? Im Grunde genommen sollte man das nicht erzählen. Und ich sage, warum. Weil, wenn Sie sagen, ich interessiere mich überhaupt nicht, was da war. Ja. Und das ist sehr unangenehm für Galeries. Das haben Sie nicht das Recht zu sagen. Ja. Ich würde... Ich sage, es ist jetzt, aber man sollte es nicht sagen. Ja, ich finde, es ist fertig. Aber denken Sie mal, wie viel in der Welt da sein muss, wenn jeder seine Sachen in ein Archiv greift. Es ist viel, wenn Sie mit... Ich hatte mit dem... Ich habe den Namen jetzt vergessen, aber der Leiter des Kupferstichkabinetts hier in Berlin, Schulze Altkappenberg heißt er, glaube ich. Und der hatte mir dann auch erzählt, die haben beinahe täglich Anfragen von Künstlern oder Künstlerinnen, ob die nicht einen Teil ihres Lebenswerkes übernehmen möchten. Das können die gar nicht bewerkstelligen. Das ist klar. Also das ist... Nein, ich verstehe die Institutionen, dass sie nicht alles annehmen können. Aber ich verstehe auch Künstler, die natürlich gucken möchten, dass zumindest Teile irgendwo unterkommen. Und viele Museen und Institutionen sind ja durchaus bereit, ausschnittweise etwas zu übernehmen. Also ich habe ein Erlebnis mit einem polnischen Fotografen, der ungefähr auch ihr Alter ist. Der hat von mehreren Museen die Angebote bekommen, dass die bestimmte 100 Fotos oder 200 Fotos von ihm übernehmen möchten. Was er aber vehement ablehnt, weil er alles auf einmal weggeben möchte. Das ist natürlich absurd. Ja. Das wird ihm wahrscheinlich nie gelingen, weil nicht sein... Also 65 oder 70 Jahre schaffen sind nicht alle gleich bedeutsam in der Fotogeschichte. So, damit verbaut er sich gerade was. Aber es gibt ja Institutionen... Ich würde etwas machen. Ich würde es zu einem Freund geben und dann wahrscheinlich wird noch eine kleine Zeit, wird man noch etwas haben wollen. Und dann kann der Mensch Geld nehmen und dann ist es fertig. Und das finde ich das Schönste. Genau wie der Körperwerk geht. Das ist klar. Wobei, Sie haben ja ein Werk geschaffen, das wird ein bisschen länger überleben. Da bin ich mir durchaus sicher. Nicht alles, aber auch einiges, ganz bestimmt. Also insofern... Aber das kriegen Sie nicht mehr. Ich meine Karl Lagerfeld, der ist ja nun im vergangenen Jahr gestorben und er hatte so diesen schönen Satz gesagt, mit mir beginnt alles und mir endet auch alles. Und in gewisser Weise hat er natürlich recht. Aber das ist schwer für Galerien, verstehen Sie? Die haben alles gemacht, dass sie einen Namen kriegen und dann... Es ist schwer. Haben Sie mit Johanna Brede mal drüber gesprochen? Nein, und ich bin nicht wirklich bei Johanna Brede. Ja. Nein. Und ich möchte nicht darüber sprechen, weil... Nicht, weil ich nicht über den Tod kann. Ich soll das... Das ist ein Geschenk für jemanden und dann kann er damit machen, was er will. Jetzt gerade in Omaha sind zwei Leute, Fotografer gestorben. Im selben Building, in der ich lebe. Mhm. Und die Leute sind verrückt geworden, was sollen wir mit den Sachen machen. Und keiner war bestimmt großartig, ja? Und alle wollten, dass diese Sachen stehen bleiben. Maybe, sie sollten jetzt alle in einen Karton stecken. Mhm. Ich wusste nicht. Und dann entdeckt das irgendwann jemand, wie mit Wilwin Meier den Nachlass. Dann wird das versteigert. Oh ja. 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 Wäre das nicht für dich, Christian, eine Aufgabe? So ein bisschen sich... Ich glaube, dass es dahin geht. Aber... Das ist bestimmt gut aufgehoben. Also das ist, denke ich auch... Ja, aber ich möchte nicht, dass er es aufhebt, wenn nichts passiert. Dann... I think one should get better for it. That's the only thing, what you can do. Ja. Ja. Also es freut mich, dass Sie eigentlich eine sehr gesunde Einstellung auch zum Leben haben. Das ist... Ähm... Sie setzen sich ja... Das ist sehr schwierig auf all die anderen, meine Gläser und all das, was sagt, macht man damit. Man should... Just... Whoever wants it, wants it. Ja. Ja. Also meine... Das Geld ist important. Das Geld wegzugeben zu Leuten, die man gerne hat. Ja. Das ist das wirklich important. Ja. I think. Und das macht mir auch Spaß. Ja, dann. Das ist wunderbar. Prima. Ähm... So? Ja. Also zum Ende noch. Ähm... Was... Was gibt es noch für Fotos, die Sie noch nicht gemacht haben? Die Sie unbedingt machen wollen? Ähm... Ich weiß, dass Sie Ihren Stil ändern... Also am liebsten gerne ändern möchten. Das haben Sie gesagt. Aber was für Bilder gibt es noch? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass man ändern kann. Ja? Äh... Äh... Fouchure nicht komplett liegt. Man hat einen Style created und das ist dann Ihre Persönlichkeit. So, das können Sie nicht verändern. Aber ich versuche. Mhm. Ich weiß nicht, wo es hingeht. Okay. Also ich würde mich dann bedanken. Ich war sehr confused. Nein, das war sehr wunderbar. Das hat Spaß gemacht. Danke schön. Danke schön. Bitte schön. Danke schön. Danke schön. Bitte sehen Sie vitamin Christmas. Es sieht gut aus. Ja.